So Leute, willkommen zum neuen Projekt, welches längst angekündigt war. Ihr wisst es ja bereits, wir spielen Pokémon X Redblock Challenge. Drücke Start, nein, ich drücke A, weil... Weil, genau. Wer bist du dein schlimmster Albtraum? Ich meine, ich bin Sui, hallo, na? Die neue Frisur steht ja ganz hervorragend. Also, Ferber macht 2000. Ja, ist ja okay, ist okay. Trinkgeld gibt's nicht, dafür hat's mir zu lang gedauert. Äh, ich meine, Trinkgeld gibt's beim nächsten Mal dann, ne? Ganz sicherlich. Was war denn das? Du bist zu krass für mich hier, ich weiß. Ich weiß, oh, oh, oh. Äh, nein, okay, er macht Rankenlieb. Pff, lächerlich. Lächerlich, was sollte das denn werden, mein Freund? Hä? Hä? Hm? Boom, guck mal, da, das ist Damage. Äh, 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 meine Stimme kackt ab, Entschuldigung. Hupala, was war das denn? Ich hab mich erschrocken. Ich muss kurz was trinken. Hahaha. Nein! Oh! Oh, 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 oh. Oh Gott, Nachtdiebe, komm, komm schon, Opal. Opal, 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 Stopp! Holy Macaroni! Knirscher, ah, das macht sich besser, Mann. Lebe, Opal! Opal! What the f- Verdammt noch mal! Oh, 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 oh. Äh. Oh, 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 oh um mir doch im Endeffekt zu sagen, das hättest du haben können, kriegst du aber nicht, Junge. Jene Rutschbahn. Das darf doch nie wahr sein. Schwertanz, oh mein Gott, hör auf. Gar nicht. Oh, Gott sei Dank. Gar nicht, du kleine Kämpferin. Hast du etwa gedacht, dass ich verliere? Das ist echt nicht nett von dir. Ja, ist doch in Ordnung. Ich habe nie daran gezweifelt, meine ich natürlich. Pokémon sind echt faszinierend, weil man mit ihnen Pokémon fangen kann. Sie sind quasi poketastisch. Boah, du bist ja voll witzig, Trovato. Ich schmeiße mich weg. Gut, dann für den Biss. Wunderbar. Ein Angriff mit Biss. Oh yeah, versteht ihr? We have to try it. Los, boy. Zeig aus welchem Holz du geschnitzt bist. Holz? Was? Wieso denn Holz? Hm, egal. Kampf einfach, bitte. Kämpfe, wie du doch nie gekämpft hast. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe keine Bälle mehr zum Werfen. Yay, du hast keine Bälle mehr. Könnte an deinem Geschlecht liegen. Oh, Bosui. I'm so sorry. Den konnte ich mir nicht verkneifen. Es ging einfach nicht. Hey du, schön stillhalten. Ich mache jetzt ein Bild von dir. Wen, mit wem sprichst du? Du guckst mich den mal an. Oh, come on. Komm schon, Brötchen. Brötchen. Evolid. Reicht nicht aus. Diamond. Oh man, ey. Jetzt hatte ich noch eine Bitte. Jetzt, wo du da so lage bist, eine Mega-Bickung beizuführen, würde ich gerne neu gegen dich kämpfen. Lucario, ich erwarte nicht auf der Plätze, dass er kurz erkennt ist. Entschuldigung. 16, opala. Platz, da, hier komme ich. Habt ihr mal stehen. Habt ihr mal cool. Ist doch alles easy, man. Oh, verdammt. Ich hab gar nicht verstanden, was er gesagt hat. Du kommst nicht durch meine... Alter. Hoff mich wegzuhexen hier. Auch wenn du eine Hexe bist. Ich hab Kohldampf, ey. Dann ess doch was. Hier, hast du ein Sandwich dabei. Willst du meins haben? Ich hab nicht mal was. Ha. Beziehungsweise, ich hätte was. Aber wenn ich es dir geben würde, dann würde ich es dir nicht geben. Äh, was? Ich meine, wenn ich eins hätte, würde ich es dir nicht geben. So. Wenn ich dir eins geben würde, würde ich es dir nicht geben. Verstehe einmal diese Logik. Perflixt, schließe ich uns an. Ich hab zuerst etwas anderes gelesen. Hier wollte ich wissen was. Yeah, ich schließe mich euch. Ganz bestimmt dich an. Na, hast du gedacht, was? Dig, dig, dig. Oh, greif doch nicht alle Amber an. Nein. Oh, 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 oh. Das ist doch nicht wahr. So von so einem dämlichen Kack Ranger, der da rum eiert. Tona, triff dich nicht selbst. Du machst es nicht besser, Junge. Worst ist Lino. Mit Smarties im Haar. Komm, Lexer, die Stadt der Steine. Ja, wunderbar. Jedem das seine. Ich hab in einem Reim abgeschlossen. Ist das nicht toll? Doch, finde ich schon. Wollen wir zusammen die Pokémon studieren? Äh, wie wäre es mit Nein? Aber ich werde dabei helfen, deine Pokémon zu besiegeln, wenn du möchtest. Dein Pokémon, okay. Bam, voll auf die Nase. Pass auf, dass du nicht im Bad hängen bleibst, Pearl. Das war gerade total widerlich. Was war das? Äh, ich weiß nicht. Schlaf einfach weiter. Okay. Ähm, das wäre nämlich ziemlich praktisch gewesen. Nein. Und Tschüss, Krapfen. Wow. Wie mich das Spiel zu Tode hackst. Boom, Pearl. Sehr gut gemacht. Macht. Haha, einen erschreckt zurück, weil er nichts machen kann. Ach, Pearl, du Mann, echt. Du bist auch tief in dir drin, bist du auch eine Kämpferin. Hör, wieso, was passiert? Du hast gerade einen Kampf mit Typnachteil gewonnen. Ach so. Ja. Pearl. Do it. Ich kann das auch an, ich kann... Nein, Muffin, irgendwann musst du doch mal wissen, wann Schluss ist. Oh, verdammt nochmal. Ich hätte ihn so fertig gemacht. Ja, das hättest du ganz bestimmt. Aber Pearl ist schon ganz wild darauf, selber erstmal wieder zu kämpfen. Was? Was bin ich? Ja! Ähm, ja! Verdammt. Gift. Bitte, bitte reich aus, Gift. Bitte, 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 bitte. Oh! Oh mein Gott! Hahaha! Yay! Yay! Action! Okay, alles klar. Ich will nur nicht. Du musst aber kämpfen, jetzt stell dich nicht so an. Mikado, du musst deiner Frau mal ganz dringend auf die Patsche helfen. Aber wie soll ich das denn schaffen, wenn ich mal Beryl das hinkriege? Jetzt glaub mal an dich, Mikado. Du hast keine andere Wahl. Du musst das jetzt schaffen. Ja, danke. Dafür darf ich überhaupt keinen Druck kriegen hier von dir. Ja, bleib cool. Du schaffst das. Wir glauben an dich. Wir glauben an dich. Und Pearl glaubt an dich. Also mach hin. Drachenwut! Drachenwut! Freaking Drachenwut! So früh! Natürlich Verwirrung. Warum auch nicht? Ist ja, ich wurde ja gerade einmal angegriffen, quasi. Nur die reinen Herzen sind gelingt es, die Relivere Arena zu erklimmen. Das Wort ist nicht so schwer, Chris. Ich find den Ruf immer noch so merkwürdig. Das klingt so wie so ein trotziges Kind. So, äh, 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 äh. Hör mal auf, man. Ich wollte dir doch nur einen kleinen, ein, ein Eis anbieten. Hier, ich spiele ein Eis. So, Donald, mach mal Eis. Nicht so Eis. Ah, verdammt doch, mal. Nicht Eisstrahl, du sollst dir mal ein Eis anbieten. Aber ist in Ordnung. Podsplitz, dein Team ist echt stark. Hm, natürlich. Was hast du denn erwartet? Und ja, ansonsten, Leute, ich sag mal, wir sehen uns im nächsten Projekt. See you next mission. Musik